Boah, ist jetzt sehr schwierig, glaube ich, werden mit grauen Waffen. Boah, weiß ich nicht. Ja, äh, graue Waffen. Also, ich glaube, mit einer Maschinenpistole, das könnte noch was werden. Aber mit so einer Pump, weiß ich auch nicht, ja. Mal gucken. Auf jeden Fall, die Challenge wird, glaube ich, cool. Copyright erstmal. Ja, okay, aim. Okay, das geht schon klar. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir landen direkt bei Rocky. Risi. Risi wäre, glaube ich, gut. Ja. Und los. Ah, Warnung, der Hängegleiter, der ist ein bisschen laut. Nicht ein bisschen, sondern laut. Okay. Greasy, greasy, greasy. Ähm, weil, äh, ich wollte Lootboot, wie wir jetzt sind, gar kein Sinn gemacht, zieht man immer nur blaue Sachen aus den Kisten. Und aus dem Lootjob, glaube ich, legendäre. Oder auf Nieler, ne? Größen. Oh, hier landen auch wieder viele. Mal wieder. Und Greasy ist gefühlt ein neues Lazy Lake geworden. Ach du Schuss. Ja. Das war es mal wieder komplett. Okay. Hier darf ich aber benutzen. Okay, das ist keine gute Idee, weil hier ist direkt jemand. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah! Ich weiß nicht. Okay, wenn ich... Ah! Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Hilfe. Warum haben die Grüne? Sag mir das mal ein bisschen. Geschafft. Ich werde sogar noch gejagt. Oh, das ist ja geil. Oh, Mann. Das kann doch nicht sein. Sehr gut. Eine Pamp. Muni. Nix. Hä? Eieiei. Kisten machen auf jeden Fall gar keinen Sinn. Eine Angel. Oh, da ist jemand. Ah, okay. Das macht ja mal wieder gar keinen Sinn. Er ist mal wieder der größte Schütter. Ja, Junge. Kurzes Video, aber... Muss ich halt machen. Tschüss. Die Challenge ist gescheitert. Danke, danke, danke. woah, danke. Meine Damen sind,